Herzlich Willkommen in Katargo City. Ich stelle Ihnen heute den Mali-Bus 600 DB Comfort vor. Das Fahrzeug überzeugt mit einer Gesamtlänge von 6 Metern und ist somit perfekt für Städtetrips geeignet. Der Tisch aus dem Innenbereich kann durch die zusätzliche Einhängeleiste außen eingehängt werden. Außerdem kann dieser noch zusätzlich erweitert werden. Ein weiteres Wiedererkennungsmerkmal bei Mali-Bus ist das Premium-Fenster. Der Rahmen sorgt für einen sauberen Abschluss und zusätzlich als Einbruchschutz. Hier auf der rechten Seite sehen Sie den Einfüllstutzen für das Frischwasser, welcher auch gut zugänglich ist. Die Hecktüren sind sauber verkleidet, haben hier noch einen integrierten Stoß- und Kälteschutz. Auf der linken Seite sind die Gasflaschen untergebracht, optional mit Truma Duo Control und Crash-Sensor erhältlich. Im Innenraum finden Sie bei Mali-Bus 600 DB einen großen zusätzlichen Stauraum über dem Fahrerhaus. Auch unter dem Tisch, durch das ausgesägte Tischbein, kann das Stauraumfach problemlos mit einer Hand bedient werden. Es bleibt auch durch drei hochwertige Scharniere aufrecht stehen. Auch unter der Sitzgruppe finden Sie noch weiteren Stauraum, der zum einen von oben zugänglich ist, aber auch seitlich über die Schublade mit integriertem Mülleimer. Gegenüber befinden wir uns jetzt in der Küche. Hier ist auch für ausreichend Platz gesorgt, vor allem durch die Küchenarbeitsflächenerweiterung. In der Mitte finden Sie einen Zweiflammenherd und auch das Schneidebrett kann hier oben noch zusätzlich eingehängt werden. In der obersten Schublade ist außerdem noch für Besteckeinlagen gesorgt. Auch hier oben finden Sie den Kühlschrank, welcher gut zugänglich ist, durch die Position oben. Dieser sorgt auch mit 80 Liter für ausreichend Platz. Unter dem Kühlschrank befindet sich der Kleiderschrank mit drei zusätzlichen Einschüben und einer Kleiderstange mit zusätzlicher Beleuchtung. Unter dem Bett befinden sich noch zwei zusätzliche Kleiderstangen für Jacken oder Mäntel. Hier oben sehen Sie noch zwei zusätzliche Ablagefächer, welche schön in den Möbelbau integriert sind. Sollte man sich für die Option TV entscheiden, dann entfallen diese natürlich. Als nächstes schauen wir uns das XL Flexibad 1000 an. Durch die zweigeteilte Schiebetür erreichen wir einen breiten Durchgang ins Bad. Die Schwenktoilette kann nach hinten geschoben werden, damit das Bad in wenigen Sekunden zur Dusche umgebaut wird. Hier befindet sich das Waschbecken. Durch den abgeschrägten Spiegel ist für Kopffreiheit gesorgt. Außerdem sind unter dem Waschbecken noch Stauraum-Möglichkeiten. Ganz unten befindet sich die Toilettenspülung. Das Querbett überzeugt mit einer Länge von knapp 1,90 Meter und einer Breite von 1,50 Meter. Außerdem ist für ausreichend Stauraum gesorgt. Wir sind dann auch schon am Ende mit der Roomtour. Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, finden Sie diese auf unserer Website. Oder kommen Sie gerne vorbei nach Carthago City und wenden sich direkt an uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Abonniert sich. Vielen Dank.